Musik Die Tischlerei Schuster in St. Anna am Eigen hatte gleich doppelten Grund zu feiern. Mit einem großen Fest beging man nicht nur das 85-Jahr-Jubiläum des Betriebes, sondern eröffnete auch die neue Manufaktur, die nun mehr Raum für Entfaltung bietet. Musik Ja, es ist definitiv ein Tag zum Feiern für uns. Also wir freuen uns vor allem, es sind so viele Leute gekommen, die wirklich mit uns das Ganze feiern und zelebrieren. Und das erfüllt uns wirklich einfach mit Stolz, dass wir so anerkannt werden in der Region und dass die Leute für uns da hergekommen sind. Beim offiziellen Festakt stellten Juniorchef Gerhard sowie seine Eltern Hilde und Gerhard Schuster den Betrieb vor. Im Anschluss erfolgte die Segnung des Neubaus, der Büros, eine moderne Werkstatt und neue Schauräume beheimatet. Ja, wir haben voriges Jahr am 19. Jänner gestartet und haben einen Zubau mit 600 Quadratmetern gemacht, in dem wir Produktionsfläche genauso wie Mitarbeiter-Sozialräume, Büro und Ausstellung untergebracht haben jetzt. Und ein bisschen was von der Arbeit wird ja heute auch präsentiert. Genau, also wir präsentieren auch, was wir schaffen in unserer Werkstätte und was wir wirklich da tatsächlich arbeiten. Die Tischlerei wurde 1938 gegründet und wird heute in vierter Generation geführt. Ganz einfach, mein Urbau hat gestartet 1938, mein Großvater, der Opa hat übernommen. Mein Vater hat dann vom Opa übernommen und ich habe jetzt vom Vater übernehmen dürfen. Und wir haben ständig unseren Betrieb einfach weiterentwickelt und gehen immer weiter andere Richtungen, auch zusätzlich noch dazu und haben auch gebäudemäßig entwickelt immer und auch maschinemäßig. Ich meine, ich bin einfach stolz, dass es im Bande der Familie, im Bande mit den Mitarbeitern einfach sehr gut funktioniert und viele fleißige Hände, der Arbeit schnell ist das Ende. Dem Familienbetrieb ist der Zusammenhalt untereinander sehr wichtig. Das schätzen auch die Mitarbeiter. Ja, die Familie ist eine sehr gute Familie. Das ist nicht unbedingt bei einer großen Firma, ist man nur eine Nummer zum Beispiel. Und da ist es ja sicher, dass man immer in Kontakt mit den Chefleuten ist. Wir sind, glaube ich, vom Ursprung her so ein Volk, das das erkannt hat, dass es nur gemeinsam sehr vieles machbar ist. In kleinen Schritten, in großen Schritten, der Zusammenhalt ist überall. In der Gemeinde und Familiär und Kollegschaft, alles zusammen. Für die zahlreichen Geburtstagsgäste gab es ein buntes Programm mit viel Musik und feinster Kulinarik. Ich glaube, es ist in guten Händen für die Zukunft. Man muss auch den jungen Leuten das zutrauen, was sie verwirklichen wollen. Vielleicht braucht man ein bisschen Bremse, aber man muss es ihnen verwirklichen lassen. Jede Generation macht zu ihrer Zeit das, was für sie passt. Eigentlich ist es das größte Geschenk, das man auch machen kann. Es bringt auch nicht so viel, wie das, was wir heute erleben, mit allem miteinander. Alles Gute der Tischlerei Schuster in St. Anna. Zum 85. Geburtstag und zur großen Neueröffnung.